Wie sich ein Bischof zum Katholizismus bekehrte. Am 21. Mai 1998 schickte Bischof Salvador Lazo y Lazo, die Vizese von San Fernando de la Union, Philippinen, folgenden Brief an Papst Johannes Paul II. und kehrte daraufhin zur Liturgie von 1962 zurück. Mein Glaubensbekenntnis. An seine Heiligkeit Papst Johannes Paul II., Bischof von Rom und Vicar Jesu Christi, Nachfolger des heiligen Petrus, Apostelfürst, Pontifex der Universalen Kirche, Patriarch des Westens, Primas von Italien, Erzbischof und Metropolit der Kirchenprovinz Rom, Souverän der Vatikanstadt, Christi Himmelfahrt, 21. Mai 1998. Heiliger Vater, im zehnten Jahr seit der Weihe der vier katholischen Bischösen, durch seine Exzellenz, Monsignor Marcel Lefebvre, für das Überleben des katholischen Glaubens bekenne ich, durch die Gnade Gottes, dass ich römisch-katholisch bin. Meine Religion wurde durch Jesus Christus gegründet, als er zu Petrus sagte, Zitat, Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Matthäus 16, Vers 18. Heiliger Vater, mein Credo ist das Credo der Apostel. Das Glaubensgut kommt von Jesus Christus und war mit dem Tode des letzten Apostels vollständig. Es ist der römisch-katholischen Kirche anvertraut worden, damit sie bis zum Ende der Zeiten als Führer zum Heil der Seelen dient. Der heilige Paulus befiehlt Timotheus, Zitat, Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. 1. Timotheus 6, Vers 20. Das Gut des Glaubens. Heiliger Vater, mir ist es, als sagte der heilige Paulus zu mir, die Überlieferung, sagt er, bewahre. Das heißt, was dir anvertraut ist, nicht was du erfunden hast, was du empfangen, nicht was du ausgesonnen hast. Eine Sache, nicht des Verstandes, sondern der Lehre. Nicht eigenen Gutdünkens, sondern öffentlicher Überlieferung. Was dir zugebracht, nicht von dir hervorgebracht, wovon du nicht der Urheber, sondern der Wächter sein sollst. Nicht der Stifter, sondern der Schüler. Nicht der Führer, sondern der Nachfolger. Heiliger Vinzenz von Lerig. Das Erste Vatikanische Konzil lehrt, dass die Glaubenslehre, die Gott geoffenbart hat, dem menschlichen Geist nicht wie eine philosophische Erfindung zur Vervollkommenung vorgelegt wurde, sondern als göttliches Gut der Braut Christi übergeben, damit sie dieselbe treu bewahre und irrtumslos erkläre. Deshalb muss auch immer jener Sinn der Glaubenswahrheiten beibehalten werden, der einmal von der heiligen Mutterkirche dargelegt worden ist. Nie darf man von diesem Sinn unter dem Schein und dem Namen einer höheren Erkenntnis abweichen. Dogmatische Konstitution de Iphilius Auch den Nachfolgern Petri ist der heilige Geist nicht verheißen, dass sie auf seine Eingebung hin eine neue Lehre veröffentlichen sollten. Sie sollen vielmehr mit seinem Beistand, die durch die Apostel überlieferte Offenbarung, d.h. das hinterlegte Glaubensgut, heilig bewahren und getreulich auslegen. 1. Vatikanum, dogmatische Konstitution, Pastor Athelnus Darüber hinaus, Zitat Die Macht des Papstes ist nicht unbegrenzt. Er darf nicht nur nichts ändern, was von Gott eingesetzt ist, z.B. die bischöfliche Jurisdiktion abschaffen, sondern ist eingesetzt, um aufzubauen und nicht zu zerstören. Durch das Naturgesetz gehalten, keine Verwirrung in der Herde Christi zu stiften, Diktionare der Theologie Katholik. Auch der heilige Paulus bekräftigte den Glauben der von ihm Bekehrten auf folgender Weise, Zitat Als katholischer Bischof lege ich Ihnen hier kurz gefasst meine Haltung zu den nachkonziliaren Reformen des 2. Vatikanums dar. Wenn die konziliaren Reformen mit dem Willen Jesu Christi konform sind, dann werde ich gern an ihrer Verwirklichung mitarbeiten. Aber wenn die konziliaren Reformen dazu gedacht sind, die von Christus gegründete katholische Religion zu zerstören, dann verweigere ich meine Arbeit. Heiliger Vater, Im Jahre 1969 erreichte eine Mitteilung San Femando in der Diözese La Union. Sie besagte, dass die lateinische tridentinische Messe abgeschafft und der Novus Ordo Missae gebraucht werden sollte. Eine Begründung wurde nicht gegeben. Da die Anordnung aus Rom kam, wurde sie ohne Protest befolgt. Im Jahre 1993, 23 Jahre nach meiner Bischofsweihe, trat ich in den Ruhestand. Seitdem habe ich den wahren Grund für die illegale Abschaffung der traditionellen lateinischen Messe entdeckt. Die alte Messe war ein Hindernis für die Einführung des Ökumenismus. Die katholische Messe enthielt Dogmen, die die Protestanten verneinen. Um die Vereinigung mit den protestantischen Sekten zu erlangen, musste die lateinische tridentinische Messe zum alten Eisen geworfen und durch den Novus Ordo Missae ersetzt werden. Der Novus Ordo Missae wurde von Monsignor Annibale Bonini verfasst, einem Freimaurer. Sechs protestantische Religionsdiener haben Monsignor Bonini geholfen, ihn zusammenzustellen. Die Neuerer achteten sorgfältig darauf, dass kein katholisches Dogma, an dem protestantische Ohren Anstoß nehmen könnten, in den Gebeten zurückblieb. Sie haben alles ausgelassen, was die katholischen Dogmen vollständig ausdrückt, durch zweideutige Texte mit protestantischer und heretischer Tendenz ersetzt. Sie haben sogar die Form der Wandlung, die Jesus Christus gegeben hat, geändert. Durch solche Veränderungen wurde der neue Ritus der Messe mehr protestantisch als katholisch. Die Protestanten behaupten, dass die Messe nur ein einfaches Mahl, ein einfaches Essen, eine Erinnerung sei. Das Konzil von Trient hat auf der Realität des Opfers der Messe beharrt, die die unblutige Erneuerung des blutigen Opfers Christi auf dem Kalvarienberg ist. Zitat Die Messe ist daher auch eine Vereinigung mit dem Opfer, das gefeiert wurde. Ein Festmahl, bei dem man die geopferte Opfergabe ist. Aber ohne Opfer gibt es keine Vereinigung mit ihm. Die Messe ist zuerst und vor allem ein Opfer und an zweiter Stelle Kommunion oder Mahl. Auch muss man festhalten, dass im Novus Ordo Messe die reale Gegenwart Christi in der Eucharistie implizit verneint wird. Die gleiche Feststellung betrifft auch die Lehre der Kirche über die Transubstantiation. In Verbindung damit wird der Priester, der früher ein Opfer, darbringender Priester war, im Novus Ordo Messe zum Vorsitzenden einer Versammlung herabgewürdigt. Jetzt ist er Vorsitzender der Versammlung. Für diese Aufgabe steht er mit dem Gesicht zum Volk. In der traditionellen Messe stand der Priester dagegen mit dem Gesicht zum Tabernakel und zum Altar, wo sich Christus befindet. Nachdem ich mir dieser Veränderungen bewusst geworden bin, habe ich mich entschlossen, den neuen Messritus nicht mehr zu lesen, den ich mehr als 27 Jahre hindurch in Gehorsam gegen meine kirchlichen Oberen gelesen habe. Ich bin zur lateinischen, tridentinischen Messe zurückgekehrt, weil es die Messe ist, die von Jesus beim letzten Abendmahl eingesetzt wurde, die unblutige Erneuerung des blutigen Opfers Jesu Christi auf dem Kalvarienberg. Diese Messe aller Zeiten hat im Laufe der Jahrhunderte das Leben von Millionen Gläubigen geheiligt. Heiliger Vater, bei allem Respekt, den ich für Sie und den Heiligen Stuhl Petri empfinde, ich kann Ihrer persönlichen Lehre bezüglich des universellen Heiles nicht folgen. Sie steht in Widerspruch zur Heiligen Schrift. Heiliger Vater, werden alle Menschen gerettet? Jesus Christus wollte, dass alle Menschen erlöst werden. Er starb tatsächlich für uns alle. Dennoch werden nicht alle Menschen gerettet, denn nicht alle Menschen erfüllen die Bedingungen, die notwendig sind, um zur Zahl von Gott Auserwählten im Himmel zu gehören. Vor seiner Himmelfahrt vertraute Jesus Christus seinen Aposteln die Aufgabe an, allen Geschöpfen das Evangelium zu predigen. Seine Anweisungen zeigen bereits, dass nicht alle Seelen gerettet werden. Er sagte, Zitat, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Markus 16, 15-16 Der heilige Paulus wandte sich in der gleichen Sprache an die von ihm Bekehrten. Zitat, Wisst ihr nicht, dass Ungerechte am Reiche Gottes keinen Anteil haben? Gebt euch keiner Täuschung hin. Unzüchtige, Götzendiener, Ehebrecher, Lüstlinge, Knabenschänder, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Gotteslästerer, Räuber werden am Reiche Gottes keinen Anteil haben. 1. Korinther 6, 9-10 Heiliger Vater, Müssen wir die falschen Religionen respektieren? Jesus Christus hat nur eine Kirche gegründet, in deren Schoßmann gerettet werden kann. Es ist die heilige katholische, apostolische und römische Kirche. Als er alle Lehren und Wahrheiten gegeben hat, die notwendig sind, um gerettet zu werden, sagte Christus nicht, Zitat, Respektiert alle falschen Religionen. Der Sohn Gottes wurde ans Kreuz geschlagen, weil er in seinen Lehren keinen Kompromiss machte. Im Jahre 1910 warnte Papst Pius X in einem Rundschreiben vor dem interkonfessionellen Geist, denn er sei Teil einer großen organisierten Apostasiebewegung in allen Ländern zugunsten einer Universalkirche. Papst Leo XIII mahnte, Zitat, dass die Religion dem Belieben des Einzelnen anheimgestellt sei und es keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Religionsformen gebe. Führe aber zum Untergang jedweder Religion, besonders aber der katholischen. Da sie unter allen übrigen die allein wahre ist, kann sie ohne höchstes Unrecht nicht den anderen gleichgestellt werden. Enzyklika Humanum Genus Die Entwicklung geht vom Katholizismus zum Protestantismus, vom Protestantismus zum Modernismus, vom Modernismus zum Atheismus. Der Ökumenismus, wie er heute praktiziert wird, ist der traditionell katholischen Lehre und Praxis diametral entgegengesetzt. Er würdigt die einzig wahre Religion, die unser Herr gegründet hat, auf das gleiche Niveau wie die falschen Religionen herab, die Menschenwerke sind. Was die Päpste im Laufe der Jahrhunderte den Katholiken streng zu tun verboten haben, Zitat Es liegt auf der Hand, dass der apostolische Stuhl unter keinen Umständen an ihren Tagungen teilnehmen kann und dass Katholiken unter keinen Umständen solche Unternehmungen begünstigen oder dafür bemüht sein dürfen. Papst Pius X. Mortalium Animus Ich bin für das ewige Rom, das Rom der heiligen Petrus und Paulus. Ich folge nicht dem freimaurerischen Rom. Papst Leo XIII. hat die Freimaurerei in seiner Enzyklika Humanum Genus im Jahre 1884 verurteilt. Ich akzeptiere auch nicht mehr das modernistische Rom. Papst Pius X. hat den Modernismus in seiner Enzyklika Pasciendi Dominici Gregis im Jahre 1907 verurteilt. Ich diene nicht jenem Rom, das von den Freimaurern kontrolliert wird, den Agenten Lucifers, des Fürsten der Dämonen. Aber ich unterstütze jenes Rom, das die katholische Kirche treu führt, um den Willen Jesu Christi zu erfüllen, die Verherrlichung des dreimal heiligen Gottes, Gottvaters, Gottsohnes und Gottes des Heiligen Geistes. Ich schätze mich glücklich, dass ich in dieser Krise der katholischen Kirche die Gnade erhalten habe, zur Kirche zurückzukehren, die der katholischen Tradition anhängt. Dank sei Gott, ich lese wieder die traditionelle lateinische Messe, die Messe, die von Jesus beim letzten Abendmahl eingesetzt wurde, die Messe meiner Priesterweihe. Mögen die allerseligste Jungfrau Maria, der heilige Josef, der heilige Anton, mein Patron, der heilige Erzengel Michael und mein Schutzengel die Güte haben, mir zu helfen, der katholischen Kirche, die Jesus Christus zum Heil der Menschen gegründet hat, treu zu bleiben. Möge ich die Gnade erlangen, bis zum Tod im Schoße der heiligen katholischen, apostolischen und römischen Kirche zu bleiben, die den alten Traditionen anhängt und immer ein treuer Priester und Bischof Jesu Christi des Sohnes Gottes sein. Mit vorzüglicher Hochachtung, Monsignor Salvado Lasso, emeritierter Bischof, Diozese von San Fernando de la Union. Monsignor Salvado Lasso,